Musik Leben her, leben hin, zuständig sind's dort drüben. Kruzifix, wie oft muss ich das jetzt noch repetieren? Wer fragt, ob ich arm bin? Wer? Manchmal ärgere ich mich so über meine Ehe öfter, dass ich schon lieber selber ein Hecht sein möchte. Ja, ein Mann ist schon etwas Notwendiges, wenn er auch nur repräsentiert. Was ist ein Genie? Ein genialer Mensch. Und was ist ein Mensch? Ein Nichts. Also, was ist ein Genie? Ein Gornbrot. Er ist halt arm. Immer hin und her. Da muss ein Mensch verblöden. Im allgemeinen Staatengetriebe wird gar oft ein persönliches Schicksal zerrieben. Wer fragt, ob ich arm bin? Wer? Ich bin Fachmann im Punkt Ungerechtigkeit. Ich weiß, was das wert ist. Gerechtigkeit. Ich bin Fachmann im Punkt Ungerechtigkeit. Untertitelung des ZDF, 2020